Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen, die beiden Befehl zu widersetzen! Oh, weint euch das einfach getrunken? Das Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederterrestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbieten... Nichts als Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang hat das Militärmaleraktion nur verhindert! Es hat mich jeden nur als festgelegten Widerstand in den Weg geleckt! Ich hatte gut daran getan, um daran alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich mache mich einen Karten in den Weg sind! Ich mache mich einen Karten hier auf einer Sch nesten! Untertitelung des ZDF, 2020